zufian ist zurück jawohl also wir hören als allererstes da rein tatsächlich aslachs ffm jawohl connect produziert von sott und pay zusammen ich hoffe unser ding dann da steht mix ist von sott selber auch und master ist von tom korn ist tatsächlich okay ich bin gespannt ich bin gespannt diese stimme mann sind wir mal ganz ehrlich sind wir mal ganz ehrlich müssen wir jetzt mal müssen wir müssen wir mal real talk dieses lied dieses lied dieses lied hat für mich einfach einfach wirklich das war eines der besten songs für mich die also vom letzten jahr wirklich alles nur image wahnsinn song ich habe hohe erwartungen ich habe wirklich hohe erwartungen ich bin gerade aufgewacht der sound von meinem handy weck mich jedes mal weil die kunden wollen flex ziehen was mein gesicht mach mich frisch bin ich lazy laufkundschaft krieg schmörder möchte es kriegen bestie wisst ihr warum ich ich glaube ich weiß warum ich ihn mag und normalerweise bin ich echt so was hohe stimmen angeht und so weiter ich bin da recht ich glaube recht nicht allergisch oder so aber er erinnert mich an den ganz alten lil wayne ohne auto tun so zu den fuck the world zeiten und so weiter ich weiß nicht warum aber irgendwie manchmal habe ich diesen weib ich mag den typen und wenn der beat und alles passt dann finde ich macht der typ einfach einfach hits wirklich ich mag den typen wie der da durch float alles mann ich mag den ich höre dem gerne zu alter wirklich schlecht für meine leber weiß ich von meinen herzen abgefucktes thema baby ich drehe ein kelly alle leute sind nice glaub ich hab mich verliebt in das flex in das geld ich bin connected der mercedes bands der so glänzt wie die rolex baby ich drehe ein kelly alle leute sind nice glaub ich hab mich verliebt in das flex in das geld ich bin connected der mercedes bands der so glänzt wie die rolex hätte der song nicht irgendwie früher kommen können ich weiß nicht für mich ist das so ein song also den hätte ich so gerne irgendwie wenn das wenn das wetter irgendwie ein bisschen länger gut wäre und weiß ich nicht so mann so voll der voll der schöne weib irgendwie aber trotzdem halt so typisch sufian diese kick roll da rein alter nein okay aber trotzdem bringt das halt ein bisschen psycho rüber ne also kommen wir ein bisschen runter ja geil also auch bei der produktion muss ich sagen ja einfach gerade dieser dieser habt ihr das gehört wie der bass so runter gegangen ist und dann und danach kam kam halt so eine schnelle kick also so eine kick roll drum und das sind so kleinigkeiten die mich glücklich machen so ich mag den typen ich mag die produktion ich mag den song gerade du weißt genau welche etage boah der wackelismus ist am start alter ich mag ich mag es ich mag den song kommt in meine wildplayliste auf anhieb auf anhieb dieser weib der rüber kommt seine stimme sein flow ist voll meins alter voll aber ich kann auch verstehen wenn leute sagen das ist schon geschmackssache denke ich sein stil sein sein flow seine stimme alles ich mag es aber Bis zum nächsten Mal.